herzlich willkommen zurück zu 7 days to die ja wir werden jetzt erstmal was fordern noch mal und noch mal so und gleich was trinken lecker lecker so rein hier du kommst hier rein so wir fangen an mit cobblestone frames kann ich hier wieder setzen interessant so für die cobblestone frames craft mal 115 so dann nehmen wir lamp of clay lamp of clay stones stones da brauchen wir eine ok kraft 1000 stück die kommen wieder hier rein was mache ich denn noch mal mit dir rezepte gunpowder in love of coal ok wie kann ich da jetzt machen 1000 stück ach so kann ich noch nicht die kann ich auch noch nicht rockett tipps politipps könnte ich auch machen frames zement stein auf stein kann ich zement machen machen wir mal warum kann ich kein nicht ach so weil ich es noch ach na ok passt schon habe ich noch nicht gelernt ok dann machen wir mal hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun neun ok dann geht es hier wieder so entlang machen wir auch mal für euch klack 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 kl so wunderbar hier wird es jetzt höher die Geräuschkulisse gefällt mir schon wieder gar nicht wie ich hier das beim Fluss mache, weiß ich noch nicht verstecken, 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 verstecken mein kleines sicheres Eckchen hier das ist wirklich das sicherste Eckchen wenn ich hier noch zubau ja, die sind alle, die halten nicht mehr so lange durch was brauche ich denn dafür, um die zu reparieren Eisen äh ja, reicht erstmal den Rest bauen wir dann da wir die komplette Mauer ja jetzt sowieso nicht fertig stellen können und da kommen ja dann noch Spikes außen rum vielleicht gar nicht so blöd hier mal eine Tür rein zu setzen dann irgendwo lassen wir hier mal ganz fix den Gang durch da muss man dann noch überlegen, wie wir das machen hier mit der Tür auf der Seite lasse ich nicht so viel Platz nach oben frei ich möchte es eher hier dann das Haus dann verlagern hier dann vielleicht noch Knien, was weiß ich, was wir noch alles finden hier Garten noch so, vielleicht ein gutes Stück nach hinten ähm dass es einfach sicherer ist beim Fluss überlegen wir uns noch was weil zum Fluss müssen wir ja dann auch immer es wäre blöd hier durch die Tür rauszugehen zum Fluss hinzukommen, wenn wir dann Wasser brauchen und würde ich fast sagen, dass wir da irgendwie sowas bauen dass wir da dann auch hinkommen wenn wir hin müssen hopp 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 mal an mit dem Spaß und kloppen hier auf Mauersteinen rum. Einfach nur damit alles sicherer wird für uns. Eine zweier Mauer wird auch reichen, sicher, aber besteht immer die Möglichkeit, dass uns Zombies drüben sehen. Und so glaube ich, sehen sie uns oder riechen sie uns fast gar nicht. Ich meine, müssen wir schon hier oben sein und drüber gucken, damit sie uns sehen. Das war gar nicht mehr so blöd, dass man hier dann so wie die Mauer gucken kann zum Schießen. Wir müssen uns dann echt irgendwas überlegen, wie man hier die Brücke dann sichert. Weil so langsam aber sicher geht die kaputt und das ist nicht so geil. Egal, fahren wir weiter. Wir haben nicht viel Zeit. Die Folgen gehen nicht ewig. Als nächstes werden wir dann auch gucken, wenn wir diesen Abschnitt fertig haben, gehen wir wieder auf Erkundungstour. und zwar zu dem Supermarkt, was wir mal entdeckt haben. Vielleicht finden wir da auch was Tolles. Wo? Wo zum Teufel bist du? Ein Screamer! Na Gott sei Dank ist der da drin gestorben. Oh, jetzt habe ich schon wieder Angst. Warum gibt es hier kein Bett, dass ich die Nacht überschlafen einfach überspringen kann? Oh Mann! Ich fühle mich echt gerade gar nicht sicher. Ja, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also es kam zur siebten Nacht die Fliegen. Zur vierzehnten Nacht Spinnzombies plus Screamer. Was kommt zum 21.? Weiß nicht. Ein Tank. Von... Left 4 Dead. Irgendwas Schlimmes bestimmt. Auf jeden Fall müssen wir das hier auch alles ausleuchten. Ha! Ich bin nämlich glücklich, dass wir jetzt doch mit Stein bauen. Ich hätte am Anfang geglaubt, das wird zu viel Aufwand kosten. Aber wenn wir dann immer eine große Farmingtour machen mit den Werkzeugen, ähm, so alle zwei, drei Folgen, dann geht das schon. Und ich meine, das gehört glaube ich auch zum Spiel hier Sachen aufzubauen. Wollte mich gar nicht rechtfertigen für euch. So. Ich höre Schritte. Oder ich bin paranoid. Obwohl ich bei solchen Spielen immer paranoid bin. Hmm. Nee? Nichts. Na gut. Dann bauen wir weiter Okay, es ist wieder Tagesanbruch, hab jetzt so die Zombies Sowieso langsam Klopp, 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 klopp Und hier Eigentlich Mache ich hier jetzt auch zu Wir bauen dann hier einfach nur eine Treppe hoch Reinkommen, tut man dann durch da und vielleicht da hinten Hat man zwei Eingänge Und Ausgang können wir einfach eine Treppe drüber bauen und drunter springen Ist sicherer für uns Wir kommen überall auf jeder Seite vom Lager könnten wir raus Aber die Zombies kommen nur auf zwei Seiten rein Ne, bauen wir jetzt erstmal später Ja, 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 komm Raben Äh, nicht geraben, aufbauen Die Spikes reißen wir dann hier ab Stück für Stück Und platzieren die wieder außenrum Ähm Und dann Und dann Das Beiß oben drauf Hätte auch was Dann könnten wir aber nicht mehr drauf herunterspringen Aber ich weiß ja nicht Wie das ausschaut mit den Spider Zombies Wie hoch die klettern können Ob die unendlich hoch klettern können Ja, eigentlich müssten sie ja fast unendlich hoch klettern können Sonst könnte man sich ja einfach einen Turm bauen Ich komm grad auf eine ganz blöde Idee Wie wär's, dass wir uns dann mal einen Turm bauen Also wirklich einen geilen Turm Schön hoch Ja, irgendwann mal Vielleicht bauen wir uns noch einen Turm Oh, ich hab keine Steinchen mehr Na? Hier, ne, den da Hallo? Danke So Schauen wir schon mal sichere Ja, wir müssen hier oben natürlich dann auch noch Gucken wir mal hier So die Mauer An sich Ist und bleibt Hier ist was Angeschlagen Das Teil hier Was ist denn hier am Boden Hier war doch grad was Hier Den brauch ich auch betonen Ach, dann baue ich hier Solche Mauern Wie viel haltet ihr aus? Auch tausend Hier Tausend Okay Gut zu wissen Immer gut solche Sachen zu wissen Also da könnte ein Zombie Hordenwender sich trotzdem ein Loch durchgraben Aber ich glaube Wenn das fertig ist Also bis zur 21. Nacht Wird es fertig sein Hoffe ich Also bis dahin will ich es fertig haben Ob mich es wirklich schafft Weiß ich nicht Aber ich glaube Selbst da werden Zombies durchbrechen Ähm Deswegen Ich muss dann unbedingt das Team Zeugs ausmachen Dass das da oben einblendet Live ist Cool Könnt ihr auch mal spielen Könnt ihr mich auch mal nicht so blöd Macht sehr viel Spaß das Spiel Es Selbe Spielprinzip wie da Nur keine Zombies Sondern du baust dir eine ewig große Stadt Kannst du dir aufbauen Mittelalter Da habe ich in Steamy Meine meiste Zeit drin verbracht Komischerweise Obwohl es mir nicht so vorkommt Als dass ich das so lange gespielt habe Aber anscheinend schon Hopps Eins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei, vier Okay Nun warten wir wieder bis er weiter ist Oh Achso Ja wir könnten hier natürlich auch wieder Verstärken ein bisschen Wie sieht denn die Mauer hier Oh ja Kannst du mir mal Äh Eisen rausgeben Ich gebe mal 10 Eisen raus Dankeschön Okay Sieht nicht so cool aus Da brauchen wir mal ein bisschen Eisen Für die Türen Und ich möchte mir einen Block angucken Ein Eisen verstärken Ja Ja Nice Oh Halt doch einiges aus Glaube ich Okay Dann gib mal hier Eat Drink Eat Nochmal essen Okay Okay Sind wir auf 100 Dann rein hier So Bauen wir hier mal weiter Dann hängen wir noch Fackeln auf So Und platziere noch Spikes Ich bin jetzt gerade am überlegen Ob ich noch eine Folge heute Hier dranhängen soll Vielleicht hänge ich noch eine Folge dran Hätte ich da nicht so eine Idee mehr zu machen Das wäre kein Problem Aber es macht mir gerade einfach zu viel Spaß hier Ähm Bevor ich jetzt hier noch länger überziehe Na guck Eine machen wir noch Eine machen wir noch fertig So Dann stellen wir uns hier rein Kauen uns hier in dieses Eck Und ich sage tschau Bis zum nächsten Mal Zur letzten Folge dieser Aufnahme Tschüss